Ich bin hier gerade auf dem Rittergut in Nordsteimke. Hier sind gerade die Gutstage eröffnet worden. Von heute bis Sonntag gibt es hier ein wahnsinnig tolles Programm. Ich habe mich hier so ein bisschen umgeschaut schon im Hintergrund hier die grüne Oase. Es sind wahnsinnig viele Aussteller hier und ich wünsche den Ausstellern vor allen Dingen ganz viel Erfolg und dazu könnt ihr beitragen. Kommt vorbei, schaut es euch an, geht bummeln, genießt dieses tolle Ambiente hier. Vielen Dank an Graf Günther von der Schulenburg, der diese Gutstage hier auf das Wut geholt hat und habt ein schönes Wochenende. Genießt es! Bis zum nächsten Mal.